Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe eben gerade schon ein Video gemacht, nur dann hat mein Kumpel angerufen und als er dann wieder aufgelegt hat, ist mein ganzes Handy abgestürzt, also beziehungsweise Spiegel abgestürzt und er hat nicht mehr aufgenommen. Nice. Darüber wollte ich heute eine 30-minütige Folge machen. Ah, das sind meine Coins, ich habe 1000 Coins, habe ich. Na, das sieht doch schon mal gut aus. So, dann holen wir uns hier einen Tisch. Gib mir mal das hier her, dann noch einen Tisch. Noch einen Tisch. Können Sie auch mehr Tables leisten. Noch einen Tisch. Noch einen Tisch. Noch einen Tisch. Jetzt ist er nur noch bis 1000 Warten und dann können wir schon die nächste Stage holen. Hier kommt dann bestimmt Dings hin. Bunny, Chica und so weiter und so weiter und so weiter. Ob ich gerne mal wissen würde, wie teuer die sind, aber bestimmt nicht gerade billig, nehme ich mal an. Ja, ach, nerv jetzt nicht. Ich versuche ein Video zu machen. Golden Fresh gibt es auch noch. Der kostet... Wie viel kostet der? Okay, der kostet schon ganz schön viel Geld. Spann nochmal bis zu 3000, nehme ich mal an und schon wieder eine WhatsApp. Ich laufe nochmal hier ein bisschen rum. Oh, ich habe eine kleine Idee. Summe mal nicht weg, bitte. Ähm, wie wäre es, wenn wir jetzt gleich bis zu 2000 sparen, dann können wir nämlich gleich die East- und Westhalle holen. Natürlich müssen wir nur bis 900, äh, wartet. Oh, genau, jetzt. Können wir uns nämlich das hier holen? Oh, nö, das Spiel spart. Oh, nö, ey. Was haben wir denn hier alles? Gib mal her. Oh, nö, das geht ja echt wirklich schnell. Oh, nö, das geht ja echt wirklich schnell. Okay. Und wie viel kostet denn das hier? Office-Hilfe 1000. Okay. Alles gut. Hier haben wir noch mehr. Ah, alles klar. Hier haben wir noch was für 300. Ah, das ist schon ganz okay. Also, dieser Tycoon ist nice. Also, ich guck einfach mal, wie lang ich, äh, aufnehme. Und, äh, ich hoffe, es dauert nicht. Und das spackt schon wieder rum. So. Was könnten wir noch? In der Küche nicht, nein. Ach, ja. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das Video noch habe, was eben unterbrochen wurde. Aber, hier ganz hinter dem Haus, also für die Leute, die den Tycoon ausspielen wollen, da heißt Freddy's Tycoon 3, heißt der. Und, äh, hier hinter gibt es noch, äh, hier was. Das haben viele Leute im Video, die, weil ich bin ja nicht der Einzige, der die State schon gespielt hat. Hat das übersehen, dass hier sind auch noch, ähm, dann so ein Bottom. Das kostet alles 800. Dann habt ihr diese Sachen hier. Und, äh, das hier alles zusammen. Nur, damit ihr Bescheid wisst. Also, für die Leute, die das auch spielen wollen, die sind Tycoon. Mal bald wieder 3000. Na, wenn wir dann 3000 haben. Geht mir leid, nein. Ich brauche 3000. Mach hin, ich brauche 3000 Euro. Äh, ja. Alles gleich, ich bin auf dem Dach. Ah, ja, ich bin auf dem Dach. Was geht ab, Leute? Ich hänge hier auf dem Dach rum. Also, jetzt noch 1000 mehr. Dann haben wir 3000. Dann tun wir wieder upgraden, damit alles viel schneller geht. Wartet mal. Mal gucken, ob ich mitten auf der Kiste landen kann. Moment. Haben wir gleich. Warten. So, jetzt. Ich bin auf dem Kopf gelandet, aber nicht in der Kiste. Shit. Malerweise könnte ich schon ab 810 eigentlich schon, äh, gleich hier neben halt, ne? Genau, jetzt. Und schon haben wir 3000. Und können upgraden. Das hier geht aber auch irgendwie ganz schön schnell. So, jetzt haben wir noch ein Upgrader. Jetzt geht alles noch viel schneller. Dann können wir uns hier mal... Ja, was hat das jetzt eigentlich gebracht? Ach so, ein Parkplatz. Okay. Ja, also, ich hab ja gesagt, dass ich das Spiel schon mal gespielt hab auf dem PC. Aber das ist schon etwas länger her. Ach ja. Ich bin eigentlich genau teils und dann können wir das hier schon mal alles fertig machen. Und dann machen wir schon mal hier fertig. Und brauchen schon wieder aber viel Geld. Also wir brauchen 700. Das sind schon mal... 1.100, 1.300 brauchen wir. Aber ich brauche, glaube ich, erst mal für 1.000. So 1.100 nehme ich jetzt mal einfach. Obwohl, wenn wir gleich alles fertig haben, dann kann man... Kann ich auch so nehmen, also... Wir haben da eh gleich 1.300 dann... Das wäre geil, wenn die Tür jetzt auch runtergehen würde. Aber er geht anscheinend nicht. Auf der Handy-Version. Schade, das war echt nice. Oh, schade. Na gut, vielleicht muss der Tarko noch erst fertig sein, damit es geht. Wer weiß. Nein, der Spiel hat sich wieder aufgehangen. Was war das gerade für ein Ton? Das Spiel hat sich wieder aufgehangen. Wir haben schon inzwischen tausend... Ich will den Scheiß-Version. Und... Das Handy-Dingster-Boomster ist voll. ... Okay, das ist nice. Das ist geil. Ne, macht ihr auf. Mach sich auf. Wir wollen hier nicht Strom verschwenden. Okay, das ist echt nice Und Leute, wir haben so weit, wir können die Schaustage kaufen Machen wir das natürlich auch Okay Und hier brauchen wir 5000 für die Ob ich mir eigentlich zuerst die Dingsstage holen wollte, aber okay Okay, ich werde vorstellen, bevor wir jetzt die Reste der Schaustage vielleicht machen Machen wir erstmal hier alles fertig, das wäre auch etwas besser Oh Ich kann kurz natürlich ein Table holen Wir haben noch dann etwas mehr Aber gut, das kann ich mir natürlich nicht leisten, weil ich zu arm bin So, dann hier Cable Cores Dingsabumster Und noch irgendwas für 1000 Box cost Und ein Endoskelett Haben wir hier auch Also bevor ich mir die Elementronics jetzt alle hole Glaube ich warte ich erstmal ab und hole hier den Rest, damit wir das schon mal drauf haben Auch wenn ich eigentlich wissen will, wie die Elementronics aussehen Ich meine, wer möchte das bitteschön nicht wissen Ach 350 Ja, guck mal, ja Hier soll ich mal die Toilette, das heißt, wenn jemand hier hingeht, der pisst oder kackt in die Ecke Also das ist jetzt so der Unterschied, würde ich mal sagen Ach ja, wir haben gleich wieder 1000 für die Küche Für 950 Gleich So, dann haben wir wieder 1000 Coins So, was können wir uns hier alles holen Oh, hier gibt es was zu einem Mark Achso, ein B ist ja, okay Oh, gut, teuer hätte ich das jetzt eh nicht gemacht Natürlich soll ich mir wieder das Teuerste Oh, da window Oh, Pizza Auf dem Boden Also, eine Pizza auf dem Boden ist nicht schön Nein, nein, nein Mein Handy speichert, dieser Boomster ist schon wieder voll Na, da ist ein Golden Freddy Na, den hole ich eh nicht, der ist viel zu teuer So, was muss ich denn jetzt da noch alles holen Vielleicht kriegt das ja in diesem Part hin Hier ist noch was für 1000, das kriegen wir gleich hin Dann Animatronic Dings da Die anderen Animatronics Pirate Cove Und das war's Ja, vielleicht kriegt das ja noch auf dem Video drauf Hier auf dem Part So Oh, Stromausfall Scheiße Es geht weiiter So, mal kieken Oh, dann direkt daneben ist noch was So Oh, dann